mal hingehen und schauen die neuen Produkte an, dann wissen wir ja natürlich E-Compass. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mit den neuen Produkten wirklich so tolle Erfahrungen gemacht. Also E-Compass ist wirklich ein unglaubliches Produkt. Die Leute, wo ich wirklich auch verfolgt habe und auch bei mir selbst das E-Compass, wirklich täglich zu mir nehme ich in den zwei Stück pro Tag. Und wirklich, es fühlt sich toll an, man hat Energie, man hat Kraft. Auch jetzt in dieser Jahreszeit, wo es ja in unserer Gegend schon um, was weiß ich, um halb vier wird es schon fast dunkel. Also es fehlt einem so ein bisschen Tageslicht, E-Compass hilft dabei. Obwohl die anderen Produkte natürlich auch klasse sind, E-Compass ist ein wirklich tolles Ergänzungsprodukt. Und wenn wir anschauen, es ist wirklich ein Wellnesspaket, Vitamine, Minerale, Spurenelemente. Und wenn wir das Ganze anschauen, einzeln anschauen, dann sehen wir hier auch die Dosierung, hoch dosiert. Und da kommt natürlich die Frage, wenn es geht um das, wenn man die Tagesempfehlungen, also die RDA anschaut, das ist ja immer das Minimum, die RDA, die gelegt wird, wenn das bei 100% ist, das ist ja immer das Minimum, was empfohlen wird, dass die Leute nicht gleich tot umkippen. Also das heißt, wirklich eine höhere Dosierung, gerade was die B-Vitamine angeht, ist unglaublich wichtig. Dann haben wir natürlich auch die wasserlöslichen Vitamine, die hier drin sind, sind ganz, ganz wichtig. Und das ist einfach ein perfektes Programm, wo man wirklich auch sicher ist, man bekommt das, was man braucht. Und ihr werdet den Unterschied merken, also E-Kompass, klasse Produkt. Wenn, dann kommen natürlich die Minerale noch dazu, mit Zink, Calcium, Magnesium, Selen, Mangan, Kupfer, Phosphor und Eisen. Also alles das hat natürlich eine tolle Wirkung. Und wenn die Frage auch immer wieder kommt, welches ist das Eisenprodukt, viele Damen fragen das öfters mal, dann ist und mit Sicherheit heute mit E-Kompass haben wir genau das richtige Produkt als Eisendieferant. Dann kommen natürlich die Spurenelemente dazu, die als Paket kommen und dann kommen weitere aktive Wirkstoffe dazu. Also der Rosenwurz, das MSM, Methylsulfonymethan, was ganz wichtig ist, auch bei Entzündungen ganz toll funktioniert. Der Rosenwurz ist auch für das Gehirn hervorragend. Die Maki-Beere, die für Herzgesundheit oder auch Gewichtsmanagement unterstützend wirkt. Das L-Glutamin, die Aminosäure, Immunsystem, Bacoba kennen wir, ist auch für die geistige Fähigkeit ganz wichtig. Dann die grüne Kaffeebohnen, da haben wir gerade, also dass so viele positive Komponenten drin sind. Blutdruck regulieren, Gewichtsmanagement, antioxidativ, die Mariendistel, für die Verdauung wichtig. Cholesterin und natürlich auch für die Leber, ganz, ganz wichtig. Herz- und Kreislauf, auch die Mariendistel, ganz gesund. L-Carnitin, was für das Gehirn und die geistigen Fähigkeiten angeht. Traubenkernextrakt, kennen wir von dem Thema OPC, was ja dann eben die Latschenkiefer des Zweites, aber Traubenkernextrakt, ganz wichtig, als Zellschutzprodukt für die Haut, Herzgesundheit. Kurkuma, auch anti-entzündliche Wirksamkeit. Grün-Tee-Extrakt, auch hier anti-entzündliche, anti-oxidative Wirkung. Also hier, das kommt weiter dazu und das ist wirklich der Hammer, wenn wir das anschauen, also wenn wir hingehen, also die Kapseln sind, das wird ja komplett alles umgestellt, oder ist schon umgestellt, da wurde gar nicht so groß drüber gesprochen, das ist wirklich so, dass die Kapseln eben dementsprechend pflanzenbasiert sind, die höchste Bierfügbarkeit, die Gelkapseln, glückenfrei, keine modifizierte Stärke und die pflanzenbasierten Kapseln, das ist ja das, was sowieso passiert. Das ist ja das, was sowieso passiert.